ich habe mich aber auch nicht durch kann ich die steine weg bewegen klasse drei sackgassen und nun und wie damals steampag regionalreiter für zahnrad getriebeautomation da ist er im nexty ich verstehe nicht was ich jetzt hier machen soll ich sehe gar nichts also hier komme ich safe nicht durch mach die kerze an warum kann ich machen aber wofür ist doch schon hell hier also der weg sagt dir schon dass du hier durch sonst es ist nur blockiert und da liegt eine leiche die meinte ich nicht er hat es nicht so mit lesen oder denken kappa welche kerze ist ja nichts neues welche kerze jetzt hallo was auch ich gehe noch mal runter ich glaube du meinst die hier unten die hier meinst du ja schlauberger jetzt ist die kerze an und jetzt nix ja die blinken immer was ist denn hier mit den dosen dosen werfen ich verstehe es nicht nein 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 wie komme ich denn jetzt hier runter also hier ist alles blockiert dann müssen wir nochmal bei dem dritten weg gucken aber der war doch zu oder nicht doch es sieht schöner aus das sind genau die ersten player die irgendwann kein loot mehr haben ja hier jede kerze anmachen würde umgottes will also da kommen wir nicht weiter dritter weg hier aber der ist zu der war an sich zu hier komme ich doch nicht durch komme ich hier durch nein hier komme ich nicht durch das sieht so aus als würde man durchkommen aber nee also hier komme ich safe nicht durch es ist ganz schön schwer geworden haben sie schon mal versucht das gerät neu zu starten gehe jetzt noch mal zu einer von den zwei türen lagst du vielleicht hier an dem ding lagst du an dem ding das kann sein warte mal mashallah 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 einfach mal alte vier klappe mal ja entspann dich wo ist denn hier das problem ok wir fangen nochmal vorne an also alles hier leeres wie tee hier sind wir reingekommen na brief so es gibt nur drei wege da wäre nicht so viel das ist nicht gut für schwangere deswegen meldet sich das kind so oft soll mir das irgendwas sagen hier ist auch so ein ding ich schicke es nicht schickt es jemand ich schicke es nicht so weit ich kann mir kompass was ich kann mir kompass was Gar nichts, bisher gar nichts, aber ich behalte meine Hand. Ich verstehe das Problem auch irgendwie gerade nicht. Was hängt denn ab vor der Tür? Sehen wir doch von hier aus. Also da unten waren wir gerade. Ich sehe es auch nicht. Also da hängt so ein dicker Stein vor. Bei dem Raum mit dem Pfeil sind eigentlich zwei Starten, aber eines kaputt. Kannst du das Podest aufmachen. Also. Meins hier, ne? Nee. Nee. Also ich stehe, also gerade stehe ich echt auf dem Schlauch, ne? Ich habe zwar Urlaub, bin aber dennoch hundemüd und gehe jetzt schlafen. Könnte auch damit zusammenhängen, dass ich wieder das Gefühl habe, krank zu werden. Oha. Ich hoffe, du wirst nicht krank. Wenn nicht, eine gute Besserung schon mal. Lege dich in Ruhe nicht aus, Pree. Schön, dass du da warst. Mach es gut. Wo ist denn hier jetzt das Problem? Kann ich die Statue da drin mitnehmen? Nee, ne? Oha. Okay. Okay. Das meinst du hier? Jetzt steine ich ja aber. Was soll ich mit den Steinen? Das Brett. Welches Brett? Das Brett. Das Brett. Welches Brett? Ich hoffe es auch, aber alles verstopft. Nase, Hals, eklig. Danke dir auch. Hennig. Hinter der Tür. Das Brett hinter der Tür. Meinst du hier oder was? Aber von der Seite. Weißt du, dass das klappt? Ja, ich seh das. Brauchen wir einen speziellen Stein? Warte mal. Oha. Warte mal. Ich hätte hier noch ein etwas dickeres Modell. Kann das sein, dass du dumm bist oder so? Wo die Kerze steht. Wo der Stein lag. Ach du... Ich habe das nicht gesehen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Nein. Reicht das schon? Nein. Vielleicht reicht das schon. Warte mal. Hm, ne. Am Ende alle Steine weg. Er trifft das Brett nicht. Äh, das ist auch gleich der Fall. Um Gottes Willen. Ja. Hä. Vielleicht den Dicken. Na. Ja. Der Dicke muss es sein. Nein. Nee, ne. Jetzt haben wir nicht die Steine hier im Weg. Nee, ne. Nein. Nee, ne. Was ist denn jetzt hier im Weg? Das Holzbrett ist doch im Weg. Kann ich einfach hier durch? Weg damit. Weg damit. Maschallah, weg damit. Ne? Was ist denn hier im Weg? Ist es jetzt der Dicke Stein, der da... Ich verstehe es nicht. Was ist denn hier noch im Weg? Verdammte Axt. Na? 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 Wenn Rentner-Rentner-Dinge machen. Eska-Face, du hast es gecold. Da liegen die scheiß kleinen Steine, die kriege ich jetzt nicht mehr weg, das kann nicht wahr sein. Neuer Speicherpunkt. Kann ich hier irgendwie einen Speicherpunkt laden? Nee, ne? Gut, das ist gut, dass das nicht geht. Was mache ich denn jetzt? Ich komme da nicht dran. Ich komme da nicht dran. Toll. Ja. Ja, das ist echt ein schöner Back. Also fühle ich. Ah. Okay. Nice, alter Vier. That's the moment he knew. Nice. So, Lampe alle. Sieben Streichhölzer. Nice. Hier geht's weiter. Was ist hier? Es dauert nur alles drei Jahre heute. Ich fühle mich ein bisschen besser hier, kleine Amarie. Nur ein Rest. Alex Doreen. Er und Richard waren in Liebe. Ich wusste, als ich sie erst gesehen habe. Besonders die Bäume in der Hotelgarten. Unter dem Zeichen der Oranga am zweiten Aufgang zum zweiten Ruf mache ich Karange diese Aufzeichnung. Wir haben einen Fehler im überarbeiteten Entwurf der Jagdgründe gefunden. Während die Sammler bisher genug Spielraum hatten, um Objekten mindestens 100 Ida lang nachzustellen, senkt die aktuelle Konfiguration diesen Wert auf 30. Die Objekte verfallen schlichtweg in Panik und laufen wild davon. Ähnlich wie bei mir. In ihren Systemen entsteht auf diese Weise nicht genug sammelbare Energie. Ich empfehle vorübergehend die vorherige Konfiguration wiederherzustellen, während wir die Werte neu berechnen. Aufgezeichnet in ihrem ewigen Namen. Die anderen gehen wieder nicht, ne? Also, ich habe keine Ahnung was das hier sein soll. Sieht ein bisschen aus wie moderne Schach. Okay. Was ist denn das hier? Ach, man kann sich hier sogar einschließen. Was ist der Bild? Passiert dann was? Kriege ich dann ein Achievement? Na dann. Okay, ich habe irgendwas gehört. Das gefällt mir nicht so gut. Jawoll. Lampenöl. Nice, Baby. Cheerio. Okay. 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 So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Strecke. Irgendwas habe ich aber gerade gehört und das hat sich nicht gut angehört. Was ist hier? Ah, das fällt wahrscheinlich wieder zu, ne? Will das wieder zu? Ach ne, das geht dann zu. Was ist denn hier? Wo schreit sie denn da an? Oh oh. Oh oh. Ja. Ja. Herzlich willkommen im Labyrinth. Was ist das denn hier? Du Scheiße. Oh mein Gott, das fliegen. Schön. Oh nee. Gar kein Bock. Gar kein Bock drauf. Hier Streichhölzer sollten helfen. Hier ist schon mal ein bisschen was zugegangen. Oh oh. Hier ist einer. Ich schwör dir das. Hier ist einer. Irgendwo ist hier einer. Hier ist irgendwo einer. Ja. Er dachte auch, dass da einer ist. Irgendwo. Dachte er auch. Ich schwör dir das hier ist irgendwo einer. Ich schwör's dir. Irgendwo ist hier einer. Ich hab's gehört. Erzähl mir nicht, es ist nicht so. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Die Lampe macht's nicht mehr lange. Oh oh. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ach. Geh mal so kelaws, grüße dich. Wie ist.. Oh Gott. Nein 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 nein. Oh nein, Au Gottes Willen. Um Gottes Willen. Get the fuck off me! Ich dachte, ich wäre tot. Wo ist er denn jetzt? Alter, das Ding ist auch aus. Oh, ne. Okay. Immer schön das Kind streicheln, das hilft. Wo bin ich denn jetzt hier raus? Achso, warte mal. Achso, ich muss hier drauf bleiben, oder was? Verstehe ich es nicht. Nice. Okay, da kommst du nicht durch. Was muss ich tun? Warte mal. Ich dachte gerade, ich darf die Mitte vielleicht nicht berühren, oder so. Guck mal, da ist er. Hier muss irgendwas drauf. Habe ich es jetzt verkackt, weil ich gerade irgendwie... Ich habe gerade so zwei Kisten gesehen, bevor er uns da angefallen hat. Aber irgendwie konnte ich damit nichts mehr machen. Weißt du, was ich meine? Hier kann ich ja jetzt nichts mitnehmen. Kann ich hier drüber springen? Nö. Habe ich auch schon gedacht gerade. Oh ja, okay. Doch, geht. Nice. Jetzt bin ich hier. Ah, warte mal. Hier sind sie, die Platten. Ich würde mal sagen, ich muss hier lang. Aha. Lampene. Jawollo. Jawollo. Nein. So. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus, verdammte Axt? Da kam ich her, ne? Ich glaube, ich kam da her. Das heißt aber auch, hier kann nicht richtig sein. Da war eine Fall... Also das war eine Sackgasse einfach. So, das würde heißen... das ich jetzt hier eingesperrt bin. Nice.